In unserer Rubrik Traumberuf Heilpraktikerin für Psychotherapie soll es heute um die Frage gehen, was ist eigentlich der Unterschied zwischen Coaching und Psychotherapie oder zwischen einem Coach und jemandem, der Psychotherapie betreibt? Eine Frage, die ich immer wieder gestellt bekomme und deren Abgrenzung eben gar nicht so leicht ist. Aber ich habe auch viele Coaches bei mir in der Ausbildung, weil die eben sich genau fragen, bis wohin geht denn Coaching und ab wann fängt Psychotherapie denn an? Und das ist so ein ganz vermischtes Feld und ich möchte dir gerne so ein paar Ideen, ein paar Richtungshinweise geben, dass du dich daran orientieren kannst. Vielleicht fragst du dich selber erstmal, was verstehst du unter Coaching? Was verstehst du unter Psychotherapie? Coaching ist erstmal gesetzlich nicht geschützt. Also es gibt dafür keine richtigen Rahmenbedingungen. Jeder kann sich Coach nennen, der es möchte. Es gibt also keine staatliche Institution, die das in irgendeiner Art und Weise reguliert oder die da gewisse Vorschriften macht. Das ist schon mal der Unterschied zum Heilpraktiker für Psychotherapie. Warum ich auch jedem Coach empfehle, immer Heilpraktiker für Psychotherapie zu werden, weil du dann eine staatliche Psychotherapieerlaubnis bekommst und damit nicht aufhören musst, wenn die Beratung möglicherweise hineingeht in das Feld der Psychotherapie. So, lass uns mal vielleicht von hinten rum anfangen, nämlich das Thema Coaching kurz aufgreifen. Coaching. Coaching ist erstmal Beratung. Beratung. Also ich berate zum Beispiel, vielleicht hast du den Begriff Familienberatung schon mal gehört, Sozialberatung, Erziehungsberatung. Also alles, wenn es um das Thema Beratung geht. Das heißt, es geht in keinem Fall um irgendeine Art von Befindlichkeit oder Störung mit Krankheitswert. Ja, immer dann, wenn du eine Störung von Krankheitswert hast, bist du im Bereich der Psychotherapie. Das heißt, wenn du in der Beratung bist und jemand schildert dir depressive Symptome und möchte sich gern davon befreien, musst du sofort aufhören, weil das gehört in die Hände der Psychotherapie. So, natürlich stößt du im Laufe des Coachings immer wieder auf solche Situationen, wo du dann eben aufhören musst. Und das ist das, was viele Coaches eben frustriert, warum sie sagen, ich möchte gern diesen Heilpraktiker für Psychotherapie Schein noch machen, damit ich eben auf der sicheren Seite bin, eben auch gesetzlich. Grundsätzlich ist es so, ich habe eben gesagt, Störung mit Krankheitswert, ist, dass Coaching, Beratung immer mit gesunden Menschen arbeitet, während die Psychotherapie Menschen behandelt, die in eine psychische Krise geraten sind beziehungsweise eine psychische Störung aufweisen. Und psychische Störungen werden klassifiziert im sogenannten ICD, International Classification of Diseases, im Moment noch in der zehnten Fassung, bald kommt die elfte Fassung raus, wo eben genau definiert ist, was ist eine depressive Episode, was ist eine Panikattacke, Angststörung, posttraumatische Belastungsstörung oder was auch immer. Was ich gerne noch so ein bisschen als Definition heranziehe, was ich finde immer ein bisschen leichter macht, ist, wenn du dir vorstellst, du coachst jemanden, du berätst jemanden, dann ist es auch häufig eher so im beruflichen Kontext. Während in der Psychotherapie es eher um einen privaten Kontext geht, natürlich kann es auch ein beruflicher Kontext sein, aber dann ist es häufig sehr stark ausgeprägt. Aber zum Beispiel so eine Mobbing-Situation, wo ich gemobbt werde und mich eben echt nicht mehr wohlfühle und gar nicht weiß, wie ich damit umgehen soll, nennt man eine Anpassungsstörung, ist kodiert in diesem Klassifikationssystem von psychischen Störungen und ist damit kein Coaching-Thema mehr, sondern es ist ganz klar ein Psychotherapie-Thema. Genauso wie das Thema Raucherentwöhnung oder so, wenn ihr sowas hört. Das ist alles Psychotherapie, weil es eben als psychische Störung manifestiert ist und auch in diesem Klassifikationssystem eben steht. Was wir noch so ein bisschen gucken können, ist nämlich, so nenne ich das immer manchmal ein Coaching, also eine Beratung. Da kommt jemand zu dir, der hat ein Thema und er möchte dieses Thema oder dieses Problem mit dir gemeinsam lösen. Ich nenne das immer, das ist häufig so ein Bühnenthema. Bühnenthema bedeutet, tritt einmalig auf. Ja, es tritt einmalig auf, wie gehe ich jetzt mit meinem Chef um, weil es so eine gewisse Problematik geht und er meidet mich oder wie auch immer. Aber arbeite mit gesunden Menschen. Ich bekomme Hilfestellung vom Coach, er arbeite das, gehe dann anders mit meinem Chef um und versuche dadurch, mich natürlich besser zu fühlen und Konflikte anders zu bewältigen. Denn aus diesem Bühnenthema tritt einmal auf und dann ist es wieder vorbei, geht es von der Bühne, Veranstaltung ist vorbei, alles super. Aber eine Art Lebensthema wird, als ich gerade öfter in die gleichartigen Konflikte oder es betrifft mich so tief, dass ich gar nicht mehr in der Lage bin, richtig zu arbeiten und ich morgens vielleicht schon Ängste habe oder mein Antrieb gemindert ist, jetzt mal um diese Beispiele zu bringen. Dann wird es von diesem einmaligen Bühnenthema, was ein Konflikt ist, den ich bewältige, zum Lebensthema möglicherweise. Und wenn es mein Leben beeinträchtigt, ja, nicht nur die Vorstellung der Bühne, sondern mein Leben wirklich, es hat Einfluss, es gräbt sich in mein Leben ein, in meine Gestaltung, vielleicht in meiner Partnerschaft, obwohl es auf der Arbeit ist, aber es macht eine gewisse Befindlichkeit aus mit mir, dann sind wir häufig im Bereich der Psychotherapie. Psychotherapie, ja, vielleicht auch noch, was für dich wichtig ist, Coaching, keinerlei Erstattung durch die gesetzlichen Krankenkassen, Psychotherapie, Erstattung durch gesetzliche Krankenkasse, wenn du Heilpraktiker für Psychotherapie bist, dann nicht Erstattung gesetzlicher Krankenkasse, nur, was aber auch schon sehr viel ist, Krankenkassenzusatzversicherte, ja, es sind ja in Deutschland auch irgendwie um die 20 Millionen Policen, oder auch Privatversicherte. Es gibt nämlich eine sogenannte Gebührenordnung für Heilpraktiker, GBÜH genannt, da gibt es eine Ziffer, die heißt 19.2 Psychotherapie, nach der man dann auch abrechnen kann, ja, die Kosten, da sind immer Begrenzungen drin, Kosten, alles was darüber hinaus ist, muss der Patient dann selber bezahlen, wenn du einen erhöhten oder höheren Stundensatz hast, als das, was in der Gebührenordnung dann festgesetzt worden ist. Also nochmal kurz zusammengefasst, Coaching ist nicht staatlich geregelt, Psychotherapie ist staatlich geregelt, das eine, Coaching ist eher Bühnenthema, Psychotherapie ist eher ein Lebensthema, und du kannst dir angucken, alles was an psychischen Störungsbildern gibt, ist in diesem ICD jetzt 10 verfasst, daran siehst du das, und immer, auch wenn du als Coach das Gefühl hast, hm, hier bewegt sich irgendwas nicht, hier verändert sich irgendwas nicht, kann es sein, dass eben etwas Tiefgreifendes dahinter liegt, und du dann theoretisch vom Coaching in die Psychotherapie gehen müsstest. Das Schöne, was ich finde, deswegen sage ich, wie gesagt, immer allen Coaches, mach den Psychotherapie-Schein, weil es ist staatliche Psychotherapie-Erlaubnis, kann dir keiner mehr wegnehmen, und natürlich ist es auch so, ganz klar, dass die Leute, die allermeisten Leute, eher nach jemandem suchen, der einen psychotherapeutisch begleitet, und solche Störungsbilder, solche Gefühle auch bei Google eingeben, als Coaching. Coaching ist einfach viel, viel schwieriger, Patienten oder Coaching-Klienten zu gewinnen, als im Rahmen der Psychotherapie, weil die Bedürftigkeit so riesig ist. Guck dir alleine an, wie lange Wartezeiten sind auf dem Psychotherapieplatz. Wenn du das nicht glaubst, ruf mal morgen einen Psychotherapeuten an und frag, wie lange es dauert, bis du einen Platz bekommst. Und da wirst du feststellen, das dauert in der Regel 6 bis 8 Monate. Daran siehst du, wie heftig dieses Thema ist. Das Schöne daran ist, wie ich auch arbeite, wie man auch schön mit Firmen dann zusammenarbeiten kann, denen man sowas anbietet. Ich biete Coaching und Psychotherapie an. Und das nutzen eben viele Menschen. Vielleicht auch Leute, die sonst nicht in die Psychotherapie gehen würden, kommen dann zum Coaching. Die wissen aber eben auch, dass ich Psychotherapie betreiben kann. Und deswegen kommen die zu mir. Das ist echt so eine kleine Marktlücke, wie ich finde, weil die genau wissen, ich biete beides an. Ich kann beides. Und wie gesagt, wenn ich noch ein bisschen Vorbehalte habe, komme ich erst mal wegen Coaching. Aber ich kann auch im Bereich der Psychotherapie dann tätig werden. Und das tue ich dann eben auch. So, ich hoffe, ich konnte dir einen kleinen Einblick geben in den Unterschied Coaching, Psychotherapie. Wenn dir das Video gefallen hat, wäre ich dir sehr dankbar. Gib dem Ganzen einen Daumen hoch. Abonnier den Kanal, damit du kein weiteres Video verpasst. Und schreib gerne deine Fragen oder auch Anmerkungen in den Kommentaren. Ich nehme das gerne auf und greife das möglicherweise in anderen Videos wieder auf. In diesem Sinne, dir einen schönen Tag. Dein Dirk, auf bald. Tschüss.